Und herzlich willkommen. Ich mache heute ein Brot Soufflé mit einer Käsesauce. Da habe ich noch so sechs Scheiben Schablettenkäse. Ich habe wie gesagt altbackenes Brot. Das ist auch schon ein bisschen härter. Das sind so sechs Scheiben und einen Kanten, die wie gesagt nicht wegschmeißen. Da kann man ein schönes Soufflé draus machen. Ich habe da noch zwei Zwiebeln für das Soufflé. Eine Zwiebel für die Käsesauce. Für die Käsesauce habe ich etwas Gemüsebrühe, ein bisschen Stärke zum Abbinden. Etwas Milch. Das brauche ich einerseits für das Soufflé, für das Brot zum Einweichen. Andererseits als Grundbasis für die Soße. Und dann habe ich noch vier Eier. Die werden nur noch getrennt und steif geschlagen. Genau, dann fangen wir gleich mal an. Als allererstes tue ich den Ofen. Ich mache das erstmal auf höchster Stufe. Tue ich den mal vorheizen. Als nächsten Schritt habe ich schon mal 250 Milliliter Milch quasi in einen Topf. Und den lasse ich dann einmal aufkochen. Als nächsten Schritt, ich habe hier schon mal das Brot. Wie gesagt, das sind jetzt erstmal drei Scheiben. Ich habe hier nochmal drei Scheiben und einen Kanten. Das Ganze nehme ich und schneide es dann quasi in Würfel. Ja, ein bisschen grob, nicht zu grob. Genau. Nicht so etwas gröbere, aber dennoch feine Würfel. So. Genau, den Rest schneide ich noch und das kommt dann alles erstmal in die Schüssel. Genau, ich habe jetzt die Brot, also die Kanten und die sechs Scheiben Brot in Würfel geschnitten. Das Ganze wird dann, sobald die Milch kocht, quasi mit den 250 Milliliter Milch übergossen, sodass das Brot schon mal anzieht. In der Zwischenzeit tue ich schon mal die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Die Zwiebeln habe ich schon mal geschält. Die Milch ist einmal aufgekocht. Ich gebe das jetzt quasi einmal über das Brot drüber, dass sich das richtig schön vollzieht. Ja. Genau, das Ganze stelle ich auf Seite. Lass es einweichen. Nimm schon mal zwei Zwiebeln, tue die in feine Würfel schneiden und gebe die dazu. Genau, die Zwiebeln, die schneide ich jetzt in feine Würfel. Ja. Genau, das reicht schon. Die zwei schneide ich noch und dann gebe ich das gleich rein. Die Zwiebeln habe ich in feine Würfel geschnitten. Ich gebe sie jetzt einfach hier mit dazu. So, einmal so. Da nehme ich quasi hier einen Pfeffer, eine Kelle oder wie auch immer. Das wird dann schon mal ordentlich quasi verrührt. Und voilà. Genau, und das Ganze darf jetzt noch durchziehen. Als nächsten Schritt, ich habe eine zweite Schüssel quasi fürs Eiweiß. Das Eigelb gebe ich gleich rein. Das heißt, ich nehme das Ei, trenne es vom Eiweiß, tu das Eigelb rein. Das mache ich mal gleich fertig. Und dann wird das Eiweiß steif geschlagen und das wird dann noch untergehoben. Genau, ich habe jetzt die vier Eier getrennt. Das Eiweiß ist quasi hier drin. Das Eiweiß gibt, das gebe ich gleich mal unter. Das hat schon eine gute Konsistenz. Das muss schon ein bisschen klebrig sein. Das ist gut. Das kann man auch ein bisschen quasi zusammen matchen, zusammen verkneten. Genau. Und als nächsten Schritt nehme ich das Handholgerät und tu das Eiweiß steif geschlagen. Genau, das Eiweiß ist steif geschlagen. Ich nehme jetzt quasi, das kann man ruhig mit dem Schöpfer machen, das Eiweiß komplett hier rein. So. Und das Ganze wird dann vorsichtig untergehoben. So. Das hebe ich jetzt nochmal unter, dass das eine richtige fluffige Masse wird. So. Ja, das sieht sehr gut aus. Genau, damit ist die Grundbasis, die Grundmasse, fertig. Für den nächsten Arbeitsschritt habe ich eine große Form. Also man kann eine Auflaufform nehmen. Ich habe jetzt ein Backblech, das ist etwas tiefer, das ist geschlossen. Insgesamt, ich habe hier eine Margarine, man kann aber auch Butter nehmen. Und ich nehme einen Pinsel, ich pinsel das komplett aus. Das mache ich jetzt mal komplett fertig. Genau, ich habe jetzt alles gut ausgepinselt, auch oben die Kanten und die Seiten. Ich habe jetzt hier Semmelbrösel, die gebe ich quasi hier drauf und verteile ich das hier ordentlich. So. Und auch richtig schön, dass es richtig voll wird. So, gut. Gut. Den Rest tue ich noch weg. Und damit ist das dann komplett ausgefettet und mit Semmelbrösel quasi ausgerieselt. Genau, als nächsten Schritt nehme ich die Masse, die fertige Masse und gebe sie quasi hier rein. Die ist jetzt richtig schön fluffig, die wird jetzt einmal gut verteilt, einmal gut auskratzen. Ja, das reicht schon. Und das wird dann gut verteilt hier. Ja. Genau, sehr schön. Das wird dann auch ein bisschen glatter gemacht, dass das eine schöne, homogene Masse ist. So. Das Ganze geht jetzt für mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde in den Backofen. Das Brot zur Flee ist jetzt im Backofen und bleibt jetzt für wenigstens eine halbe Stunde zum Backen im Backofen. Für die Käsesauce habe ich schon mal einen Topf wieder aufgestellt. Ich habe schon mal Butter rein. Die eine Zwiebel, die tue ich jetzt in feine Würfel schneiden und werde es erstmal anschwitzen. Die Zwiebeln schwitzen an. In der Zwischenzeit tue ich schon mal quasi den Schablettenkäse auspacken und werde ihn dann quasi mit reingeben. Die Zwiebeln schwitzen an und den Schablettenkäse habe ich schon mal rein. Der schmilzt schon mal ein bisschen. Ich gebe dann auch gleichzeitig etwas Brühe mit rein und werde es mit ein bisschen Wasser aufgießen. Die Gemüsebrühe ist dazugegeben. Das Ganze schmilzt jetzt richtig schön. Genau, die Gemüsebrühe ist mit dabei. Ja, das wird super. Und das Ganze, ich habe hier quasi warmes Wasser. Nehmen wir jetzt etwas. Ja, können wir schon ganz rein tun. Genau. Das Ganze lasse ich dann einmal aufkochen. Und gebe noch etwas Milch dazu und werde es dann mit Stärke abbinden. Für die Stärke, ich habe jetzt ein bisschen Wasser mit rein. Das Ganze löse ich auf. Und das ist dann für die Soße zum Abbinden. Genau, die Soße kocht dann zum Auf. Die Stärke ist schon mal bereit. Ich habe hier noch etwas Milch. Gebe ich noch ein bisschen Milch dazu. Ja, da schaut nicht was rein. Genau. Das Ganze muss jetzt einmal aufkochen. Und wird dann mit der Stärke quasi abgebunden. Die Soße kochelt jetzt schon so langsam. Ich gebe quasi die Stärke rein. Ja. Das Ganze wird dann abgedeckt. Ja. Jetzt muss man gut aufpassen, dass die Soße nicht anbrennt. So, warten wir noch kurz. Ja, jetzt köchelt sie schon langsam. Genau, dann geht es gleich weiter. Genau, jetzt kocht es richtig durch. Ich habe es jetzt immer durchs langsame Rühren. Die kommt jetzt einmal hoch. Und sobald sie hoch kommt, nehme ich sie vom Herd runter. Oh, das reicht. Die Soße ist fertig. Ich mache den Herd quasi aus. Die Köchelt jetzt noch so langsam nach. Und die kann man jetzt einfach stehen lassen. Und es ist komplett fertig. In der Zwischenzeit backt das Brot-Zoufflé. Das dauert noch ein klein wenig und das ist dann demnächst fertig. Das Brot-Zoufflé ist jetzt nach einer halben Stunde komplett fertig gebacken. Ich werde es rausnehmen und anschneiden und dann dekorieren. Genau, ich habe hier das Brot-Zoufflé. Da die Käsesauce. Ich habe zwei Teller. Ich werde es quasi im Blech anschneiden. So schöne Stücke raus schneiden. Und dann komplett hier anrichten. Genau, ich habe jetzt quasi immer drei Stücke rausgeschnitten. Habe die aufeinander gestapelt. In die Mitte die Soße, die Käsesauce. Habe noch fünf Tomatchen außenrum. Ein paar Gurkenwürfelchen. Genau, und damit ist es komplett angerichtet und fertig. Ja, wir lassen es uns jetzt richtig schön schmecken. Ich wünsche euch dann wieder ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, euer Daniel. Tschüss. Tschüss.